Das war so gut. Die Sache läuft. Runter. Dankeschön. Ja, selbstbestimmt. Herr Michel, guckst du's gerade einfach. Dass der hier rüftelt. Sehr leid, ihr seht, der Zug ist im Anmarsch. Und wie das hier so üblich ist, Tradition ist und muss sein. Das ist. Lesen-Kle All die Kirche, Jäcke, Stümpel auf der Schloss, das sind diese Fenster, das sind die Brüder los. Denn, wenn da Trümmel schiebt, das schau mal verrat und mit Dreck durch die Stadt und jeder hat gesagt, Gelber, Schielau, Gelau, Gelau, Gelber, Schielau. Denn, wenn da Trümmel schiebt, das schau mal verrat und mit Dreck durch die Stadt und jeder hat gesagt, Gelber, Schielau, Gelau, Gelber, Schielau. Gelber, Schielau, Gelau. Musik So, die Stadtsoldaten nehmen jetzt noch eine Irrung vor. Bitte absolute Oma. Ja, also, wir bitten nach vorne den Oberstleutern Klaus Sicke. Aus dem Würdigung für 30 Jahre Mitgliedschaft spreche ich Oberleutern, Oberstleutern, Klaus Sicke. In den Namen der Stadtsoldaten Kellner fangt und Anerkennung raus. Ja, vielen Dank für 30 Jahre, dass du immer noch dabei bist, dass du so viel machst. Auf die 30-jährigen Mitgliedschaft ein dreifach kräftiges Kellner! Klaus Cade! Klaus Cade! Klaus Cade! Klaus Cade! Klaus Cade! Danke! Und der Stadtsoldatenệu ist in diesem Jahr wenn hier immer recht herr clean. begrüßen zum Karnevalsumzug in Kälberasch. Wir begrüßen die Mini-Stadtsoldaten, die Stadtsoldaten mit einem dreifach kräftigen Kälberasch. Kälberasch! Kälberasch! Geheert wurde der Klaus für 30 Jahre. Der tut sehr viel in diesem Verein. Der bringt mir jedes Jahr diesen LKW hier hin. Und dann kann ich dir auch noch beginnen. Vielen Dank Klaus. Der Zicko ist immer gut. Auf den Klaus, 30 Jahre. Ein dreifach kräftiges Kälberasch. Kälberasch! Oberstleutnant Klaus, Sicken, Zicko! So, und in diesem Jahr möchte ich mich mal bei dem Mann bedanken, der den Zug aufstellt, den umstellt, den los schickt. Der immer radstätig ist, wenn er hier ist. Der hat dieses Jahr einen wirklich einen guten Job gemacht. Man konnte die Stadtsoldaten noch nicht sehen. Da hatte ich der Plan ab. Vielen Dank. Michael Kräber. Auf den Michel. Ein dreifach kräftiges Kälberasch! 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 Kinderprinzenpaar 2020 Pellberg Prinz Felix der Erste und Prinzessin Leonie die Erste mitgefolgen. Der Prinz Felix ist aus dem Stammbaum von Hennerie auf das Kinderprinzenpaar Pellberg ein dreifach kräftiges Pellberg. Kinderprinzenpaar Leonie und Felix Pellberg. Kinderprinzenpaar 2020 Pellberg Hier kommt die Gabel. Blue Diamonds, Blue Bellas, Blue Stars und Blue Ladies. Wir begrüßen die Garde mit einem Dreierfachkräftigen Keldasch! 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 Mein Verein, mein Daheim haben sie auf dem Rücken stehen. Sehr schön. Du bist mit deinem Warton. Neh, mein Daheim! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Untertitelung. BR 2018 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 Blue Ladies and Friends Blue Ladies and Friends mit einem Dreifachkräftin Kelbersch, 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 Kelbersch. So bei dieser Gruppe ist die Laura Schneider dabei, das ist die Geschäftsführerin des KVKs seit diesem Jahr. Alles in Weiberhandel klappt wie immer. Super! Heute saufe ich dein Blut und morgen geht uns wieder gut. Wir begrüßen die Vampire aus Bärme mit einem Dreifachkräftigen, Kelbersch, 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 Vampire! Ja, ich habe den Charakter. Ja, ich habe den Charakter gesehen. Schönes Modell, super! Du brauchst zwei Mal zum Fahrrad. Genau, du brauchst zwei Mal zum Fahrrad. Wenn der Fahrrad getrunken hat, ich habe den Charakter. Ja, ja, wie immer. Spusel, ja. Ja, ja. Max, du mal. Alles in Uhl. Ja, das Fahrrad. Ja, ich habe den Charakter. Ja, ich habe den Charakter. Ja. Ja, ich habe den Charakter in Weiberhandel. Ja, ich habe den Charakter. Der DJK Kälber. Die B-Jugend steht hier. Mit dem Motiv Donald Trump. Alles schön endlich. Wir begrüßen die DJK Kälber mit einem Dreibach-Chef in Kälber. Kälber, Kälber, DJK. Der Klapperstorch hat ausgewiesen. Wir begrüßen die Karnevalsfreunde Müllemisch mit einem Treibachkräftigen Kärbäsch! Kärbäsch! Müllemisch! Allah! Das ist nämlich hinten der Dreierbach. So! So, Brust! Jetzt isst du ein Gew Jingle? O-O-O! Ich muss noch wissen. Ihr habt Ihnen einen? Der hat einen Gewirksamt. Wir haben einen gutenทischen Hallen! Und die Haare! Wie kommt die Haare? Einfach hier? Du willst die Haare? Ja, Huarte! Wir begrüßen den Verkehrsverband Regio Brea mit einem dreifach kräftigen Kälbersch! Kälbersch! VRT! Die Mädels! Die Wahrsagerinnen aus Tausend und Einerland! Wir begrüßen die Mädels mit einem dreifach kräftigen Kälbersch! Kälbersch! Mädels! Wir begrüßen die Bergmusikanten von Hofelt mit einem dreifach kräftigen Kälbersch! Kälbersch! Bergmusikanten! Kälbersch! Oh, das ist so schön. Wir begrüßen die Vogelscheuschen aus Kött und Bart Wir begrüßen die Vogelscheuschen aus Kött und Bart Wir begrüßen die Vogelscheuschen aus Kött und Bart Die Jugend aus Nebel Ein wagen der Grußgruppe Harry Potter Wir begrüßen die Jugend aus Nebel mit einem Trefferkräftigen Kärbäsch Wir begrüßen die Vogelscheuschen aus Körbäsch Wir begrüßen die Umwelt in einer Grafik Ich bin Fäck, ich bin Schleich, ich bin vielsohngewerch, ich bin brav, ich bin freich und steck alles in die Däsch. Ich bin Freude, ich bin Freude, ich bin Frei Ägypten, Fach Oh, 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 momente und in jedem Stück ne Költzü-Yeg Denn wir sind Oh, 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 momente Nest und ein Stück bleiben Denn wir sind Oh, 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 momente und in jedem Stück ne Költzü-Yeg Ja, ja Ja, ja Ja, ja, ja Was? Musik Cowboys aus Sarmersbach, die begrüßten die Jugend, Sarmersbach mit einem dreifach Käppchen, Kellersch, Kellersch, Cowboys! I am the Horseman! I am the Horseman! Die Mädels aus Gyllenfeld, wir begrüßen die Mädels aus Gyllenfeld mit einem dreifach Käppchen, Kellersch, Kellersch, Kellersch! Die Mädels aus Gyllenfeld, die Mädels aus Gyllenfeld, die Mädels aus Gyllenfeld, Ja, 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 ja. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 Die nächste Gruppe, sind das Kerlbe? Was steht da? 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 Fluch der Rotkäppchen! Wir begrüßen die Rotkäppchen mit deinem Namen, Käpt'in Kerlbech! Kerlbech! Rotkäppchen! Rotkäppchen! So, das war der Pirate! Das war der Pirate! Ich hab's noch keinen Falle! Geht das denn? Schöne Wies! So, wer? Oh, die Piraten! Ich hab's doch jetzt alles auf die Piraten geschrieben! Hammerle Füße!